Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 10.06.2022. Und ja, die Bullen sind tot. Das Pferd von gestern hat es auch nicht überlebt, der Reiter ist auch gestorben. Also ich glaube, so kann man zusammenfassen, was sich im DAX ereignet hat. Die EZB hat uns den DAX ein bisschen abgeschossen. Video ist dann gestern noch ein bisschen länger geworden, aber das ist mir an solchen Tagen einfach immer wichtig, dass wir da ein bisschen länger, ausgiebiger, auch vorher halt schon drüber sprechen, dass wir uns eben nicht hinterher hinstellen und sagen, naja, wäre doch alles so einfach gewesen, hätte es doch nur darauf achten müssen. Da ist auch niemandem geholfen, dann setze ich mich lieber ein paar Minuten länger hin, dass wir vorher lange genug drüber sprechen und ausgiebig diskutieren, bis wohin sind Risiken, Potenziale und Chancen, dass man da, ähm, einigermaßen wenigstens ein bisschen durchkommt. Ich weiß, das fällt vielen dann trotzdem schwer, ne, da wird, das werden trotzdem einige oft genug Long, äh, auf die Nase bekommen haben an dem Tag jetzt hier, ähm, trotz, dass sie vorbereitet sind, aber man hat halt dann immer noch so ein bisschen aus der Analyse im Hinterkopf, ne, so 2,70 kann er, er kann aber auch noch die 14.100 da unten erreichen und sowas, ne, wenn er hier nicht drüber geht, wenn er eben nicht über 4,60, dann ist es gar nicht Long und, und schwuppdiwupp ist man einfach ein bisschen, vielleicht nicht das Perfekt im Markt, vielleicht ist man nicht, äh, geht nicht aus dem Tag raus und schreit, Juru, wie geil war das denn, ne, aber man kriegt zumindest ein bisschen besser kontribiert, ne, und das ist mir einfach so wichtig, deswegen machen wir das, deswegen sprechen wir auch immer über beide Seiten, ne, wo kann der Markt auf beiden Seiten hin, wo sind die Risiken, wo sind die Potenziale, ähm, auch wenn sich da immer wieder, auch gestern, glaube ich, wieder jemand drüber lustig gemacht hat, ne, so nach dem Motto, ja, du sagst ja, es kann, kann oben, nach unten, herzlichen Dank, äh, das hätte ich auch selber bewusst, aber es geht ja nicht darum, festzustellen, dass es nach oben oder unten geht, sondern wie weit geht es denn nach unten, wie weit geht es denn nach oben, wenn es steigt, und wir haben uns, äh, vorbereitet, haben geguckt und gesagt, über 4,60 würde ich gerne sehen wollen, ne, wir haben gesagt, über 4,60, 4,40 ist für mich dann Chance für einen bulligen Konter, dann hätte hier zwei gleich lange Wellen und bla bla bla, alles, was wir da gemacht haben, aber eben auch erst über 4,40, 4,60, das wollte ich gerne sehen, weil, wenn er nämlich drunter bleibt, ja, sonst im Zweifel auch noch runter können die hier auf die 300, auf die 270, dann sollte man dort gucken, ob dann eine grüne Stundenkerze kommt, ich glaube, da kam tatsächlich eine, zwar ein bisschen gemein, aber die wurde dann auch direkt getreten wieder, ne, und, ähm, das ist dann zum Beispiel so ein Stück, ne, da kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere halt dort ein bisschen auch auf die Nase gekriegt hat, aber eben halt nicht vollkommen total versagend dann vielleicht hatte, ne, also zumindest ist es meine Hoffnung, dass es euch auch ein bisschen hilft, was wir hier machen, ne, dass der eine oder andere dann ein bisschen was vornehmen kann, weil der Markt macht schon immer, der hat immer seine Regelmäßigkeiten, der hat, auch wenn er nicht immer alle spielt, wie zum Beispiel zum Donnerstag, das ist ganz markant jetzt gewesen, dass wir am Donnerstag eine absolute einseitige Bewegung hatten und dann auch noch so wie am Mittwoch, also da findest du, wenn man mal Mittwoch-Donnerstags-Kombinationen durchgeht, das findest du auf 100 Donnerstage wirklich einmal und, äh, das ist dann halt so und das gehört dann dazu, dann muss man, wenn man dann eine Position drin hat, die das dann eben nicht bedient oder die dann nicht gespielt wird, dann kommt dann mal ein Stop-Loss und dann ist dann, dann ist das so, das gehört dazu, das bleibt doch nicht aus, da hat mir heute auch jemand, da habe ich jetzt gerade eben erst hier per WhatsApp mit jemand geschrieben, der hat mir gesagt, ah ja Martin, ich sehe das immer alles richtig, äh, ich handel es falsch, ähm, was, was kannst du denn, oder was kannst du mir denn raten, wo, wo, wo liegt denn das Problem, wo ist denn das Fehler und das, der Problem in dem konkreten Fall ist meistens, dass die meisten immer richtig liegen wollen und die denken, wenn ihnen mal ein Trade mit ausstoppt oder auch mal zwei oder mal drei oder mal vier, dass sie was verkehrt gemacht haben und versuchen dann immer wegzukommen von diesem, ähm, ich werde nicht ausgestoppt, weil das ist ja falsch, ich habe dann was verkehrt gemacht, ne, aber es gibt auch richtige Trades, die einfach ausgestoppt werden, das gehört, das gehört vollkommen dazu und man muss schon aufpassen, dass man dann eben nicht wechselt oder das Problem, äh, zu sehr bei sich selber sucht und sich sagt, okay, ähm, ich habe jetzt hier Fehler gemacht oder ich wurde ausgestoppt, ich muss jetzt hier was ändern und dann gehen die meisten halt immer aufs Risikomanagement, die passen hier auf Risikomanagement, nehmen die Stop Loss raus und sowas und sagen sich dann, naja, dann werde ich nicht mehr ausgestoppt, dann ist einfach auch ein Buff-Di-Wuff, krachen dann halt immer mal so richtig fette Buffer-Tage dann rein oder Wochen, die einem das ganze Depot übers Jahr dann versauen und dann wird man nicht erfolgreich im Trading, ne, dann hat man immer wieder so Tage, Wochen, Monate, die einen richtig runterziehen und das bringt es halt nicht, ne, deswegen wirklich fokussiert, dranbleiben, Setups handeln, ähm, sich auf die Marken, auf die Bereiche konzentrieren und wenn was anläuft, dann läuft das an, dann lässt man das laufen, aber wenn nicht, dann stoppt man das aus und das ist vollkommen legitim, auch mal an einem Punkt zu sagen, nee, hier und jetzt nicht weiter, damit man eben nicht jetzt hier dasteht und jetzt hier, keine Ahnung, noch eine Long-Position von 14.500 offen hat, wo man sich jetzt sagt, hm, naja, ist eh langfristig geplant, so ist das mal scheiße, das sind unnötige Punkte, die man dann liegen lässt, ne, ähm, und man ja eigentlich immer wieder so einen Bereich kriegt oder so, kleine, ähm, Sachen im Hintergrund, die eigentlich einem schon sagen, der eigentlich, da drunter brauchst du keinen Short mehr halten, aber man ist dann einfach nicht bereit, den Verlust zu realisieren und das, das muss man sich abgewinnen, das muss man sich wirklich abgewinnen, weil das kostet immer wieder, auf Monat, aufs Jahr, das kostet einem immer wieder Geld und, ähm, behindert einen im Trading, das behindert einen im Trading, wenn ich zu hohe Verluste drin habe, ne, ich muss mir meine Verluste eng wegdrücken und umso mehr Spaß habe ich dann auch mit dem Gewinn, ne, wenn ich jetzt hier natürlich an einem Long drin sitze, der schon 14.500, 14.600 gezündet wurde und ich sitze den immer noch und der DAX macht jetzt 200 Punkte hoch, ja, da breche ich jetzt halt auch nicht in Jubel aus, wenn ich aber hier oben mal einen Long probiert habe und der hat mir vielleicht 50 Punkte, 100 Punkte, 150 Punkte Stop Loss gekostet und ich setze hier unten wieder an und ich kriege dann aber 300 rausgetragen, ähm, das ist eine ganz andere Situation und das muss man lernen, verstehen und anwenden dann auch, um da ein bisschen einfach von wegzukommen. Also, das jetzt mal einfach wirklich ins Blaue rein erzählt, weil ich, das sind einfach so typische Tage, ne, da, da, da triggern bei vielen, die sitzen dann abends so da und denken sich, oh, was bin ich denn eigentlich für einen Vollidiot, ähm, was habe ich denn alles, das sind eigentlich die besten Tage, um dann auch was zu lernen, zu lernen aus seinen Fehlern, aber eben auch, wenn man die Fehler dann an der richtigen Stelle sucht und die meisten suchen sie halt tatsächlich immer an der falschen Stelle, deswegen kommen die meisten im Trading nicht weiter, sie suchen die Fehler immer an der falschen Stelle, ja, und da geht es nicht darum, die Bewegung richtig kommen zu sehen, das ist das, was viele immer glauben, sie sind immer die Meinung, das müssen alles sehen, sie müssen das immer sehen und wenn sie es nicht gesehen haben, den einen Tag, dann suchen sie sich jemanden, der das diesen einen Tag gesehen hat und dann versuchen sie es so zu machen wie der und dann liegt er beim nächsten Tag falsch, so und das ist das, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, ähm, das Risikomanagement, einfach das Risikomanagement, zu sagen, okay, du musst nicht meinen Tag scheiß drauf kommen, der nimmt mir nicht mehr als 50 Punkte feierabend und da muss es hin, ja, so und deswegen heute hier vielleicht auch mal nochmal ein, zwei Minuten mehr, um ein bisschen Nachbereitung noch zu dem machen, was wir gestern ein bisschen versucht haben vorzubereiten oder aufzufangen oder abzufangen, ja, wir haben komplett ausgefahren, wir haben alle Ziele unten erreicht, die man, sag ich mal, als Übertreibungsbereich auch mit benannt hat, ich glaube, wir hatten auch sowas gesagt, ne, Stundenschluss unter 2,70 oder so, kann er dann bis 14.100 und sogar 14.000, wir sind jetzt hier auf einer interessanten Station angekommen, die 14.100, erinnern wir uns, hatten wir vor ein paar Tagen schon, die ist nicht neu gewesen, die haben wir auch gestern nicht gesetzt, hier den Fall, der liegt hier schon, ich glaube, von hier kamen wir da, da haben wir gesagt, das kann im Zweifel auch bis 14.100 runtergehen, ja, als der hier am Buggeln war, ähm, also wir sind jetzt angekommen, das ist natürlich ein Support-Bereich, sollte der also zum Freitag sich relativ früh, ähm, aufdrehen, sollte der am Freitag, ich sag mal, schon gut nach 9.30 Uhr anfangen, kräftig nach oben zu drücken, nach 9 Uhr vielleicht sogar schon kräftig nach oben drücken und nur vormittag auch wie so 14.50 oder 14.60 oder sowas noch abstrauben und vielleicht gleich schön reindrücken, ähm, und der, der treibt dann eine grüne Katze nach der anderen, dann passt bitte auf, dass ihr euch nicht Short vergeht, äh, äh, also zu, dass, dass ihr nicht jetzt, wenn ihr hier jetzt nicht Short wart, dann in dem Freitag jetzt plötzlich der Meinung seid, ihr müsst jetzt unbedingt dann jetzt aber mal Shorten, weil ihr ja die letzten zwei Tage verpasst habt, passt da bitte auf, das ist, das ist eine ganz typische Fehlerquelle, die jetzt entsteht, das ist zwei Tage komplett gefallen, wenn jetzt der Markt eine Erholung eingeht, dann nimmt er sich auch zwei Tage Zeit oder mindestens mal einen Tag und es kann sein, wenn der Markt die Erholung antriggert, die muss nicht kommen, aber wenn sie kommt, ähm, dann kann er bis zum Tagesende halt auch durchziehen und das von früh an und wenn der dann jetzt kommt und sagt, oh ja, ich hab die ganze Zeit noch long gehandelt, ein Short, das mache ich morgen besser, dann kommt die erste grüne Kerze und dann hauen alle Short dagegen, funktioniert das genauso wenig, wie wenn man den ganzen Tag long dagegen handelt, wenn hier nur rote Kerzen kommen, das, das schon mal, um es vorwegzunehmen, ja, also, geht er in die Erholung rein, ich kann mir das gut vorstellen, 270, 300, 330, warum nicht, das ist erreichbar und das sind schon ein paar Punkte bis da hoch und wenn er das dann richtig macht und hier oben steht, dann sieht es schon wieder anders aus, dann kann er am Montag auch schon wieder an die 450 dran springen und das macht er dann auch, wenn die Leute ja alle Short dagegen ballern, wenn der am Freitag hochsteigt, steht er bei 450, aber Punkt, nochmal ganz wichtig, wie gestern, wann würde ich denn dann jetzt hier long vielleicht probieren? Natürlich nicht, wenn er jetzt hier unten weiter fällt, nicht bei 13,90 noch einprobieren, nicht bei 13,69 noch einprobieren, nicht bei 13,900 noch einprobieren und auch nicht bei 13,800 noch einprobieren, aber wenn wir das sehen, dass er startet und er boxt hier nochmal so ein klein müh bloß drunter und drückt dann direkt schon, ach, keine Ahnung, 8,45, 9,59, irgendwie so, schon deutlich wieder nach oben, baut ein Tageshoch nach dem anderen, baut ein höheres Tief, steigt wieder auf ein neues Tageshoch, dann suche ich mir Longpositionen im Freitag, weil das kann bis Tagesende dann durchgehen, das möchte ich mitgeben, das ist die Botschaft, wie man eine Erholung hier kommen sehen kann und wie man sie nutzen kann, bedeutet aber eben nicht, wenn der Markt weiter Schwäche zeigt, dass man hier unten gegenhalten muss, nein, der kann auch weiter fallen, fällt er weiter, 13,69 hat er richtig Bock, 13,700, 13,800, gern gespielte Marken, immer, immer wieder, aber der kann auch hier wenn er vollkommen durcheskaliert, kommt er mit Abwärtscap rein, unter 14.000, dann gib ihm halt, ne, dann kann er auch direkt, der kann direkt durch hier, ne, direkt, ich würde schon so sagen, 13,800, wo haben wir ein 1,60er Retracement, sowas wird dann so gerne angelaufen, das würde ich jetzt hier tatsächlich auch mal ziehen, das machen wir sonst immer nicht, aber, ähm, wenn es so aussieht wie hier, dann ist sowas immer gern gespielter Kandidat manchmal, nur, nur, dass wir es mal gesehen haben, ja, es soll jetzt nicht heißen, dass du bis dahin musst, keineswegs, aber das liegt bei 13.915, liegt mir fast zu hoch, und ist ja lustig, dann liegt das 76er auch erst unten bei 13.727, dann ist trotzdem die Lücke um die 13.800er, aber haben wir mal so ein bisschen im Hinterkopf, ne, also hier gerade so das 50er Retracement, 14.70, das wäre, das wäre doch der perfekte Start, ne, wie ich vorhin gesagt habe, 14.60, nochmal so kurz runterboxen am Freitag, und dann aber eine frühe Drehung nach oben, das wäre prädestiniert, und dann kann der den ganzen Tag in die Erholung gehen, ja, Erholung gehen, und deswegen passt da auf, dass ihr nicht zu krass dann da plötzlich der Meinung seid, ihr müsst jetzt unbedingt Short handeln, wenn ihr zwei Tage vorher das verpasst habt, heißt natürlich auch für diejenigen, die hier gut Short gehandelt haben, ne, nicht übermütig werden, nicht jetzt denken, man muss jetzt diesen einen Trade unbedingt bis 9.800 aussitzen, ne, ruhig auch mal was mitnehmen, das ist eine gute Bewegung gewesen jetzt, das sind viele Punkte, das ist ja eine Welle am Stück, die ist gut zweimal so lang wie die Welle hier, ne, also wie die erste, das ist schon, das ist schon doll ausgeprägt, und wenn ein Rücklauf kommt, kann der gut und gerne bis hierher gehen, ne, das heißt, wer hier gute Shorts drinnen hat, nicht zu gierig werden, ruhig vielleicht auch nochmal einen Teilverkauf ziehen, ne, das ist jetzt hier ein interessanter Bereich, aus dem auch durchaus sich schon Erholung erstmal wieder geben kann, ja, aber ansonsten unterhalb, 13.960, 13.800, 13.700, werden so meine Ziele bei weiter anhaltender Schwächer, ne, aber ich sag mal, Rückläufe, könnte sich schon anbieten, 50er Retracement haben wir gerade gesehen, vielleicht 14.70 rum, ansonsten haben wir die 13.915 nochmal, ein 60er Retracement, wird dann auch nochmal interessant, ja, so, okay, dann gucken wir noch kurz in den Tag rein, da sind wir jetzt wieder auf dem alten Trend auf, aus dem Aufwärtstrend raus, das haben wir ja auf der anderen Ebene auch gesehen, haben es oben verpasst, das bleibt trotzdem gültig, das ziehen wir jetzt einmal noch nach hinten, das kann auch später noch kommen, sich hier noch überlegt nochmal oben rauszusetzen, wir haben jetzt hier einen ersten Bewegungsschrank nach oben, Rücksetzer, zweiten Bewegungsschrank nach oben, Rücksetzer, guck mal, wie die Seite geht, ne, also, vollkommen legitim, wenn der nochmal hochkommt, der dürfte da auch weiter, gut, okay, super, dann, habt ihr das alles mitgenommen, ich hoffe, euch gut vorbereitet bekommen zu haben, für den Mocking-Tag, wie gesagt, nehmt's nicht immer alles zu, ähm, also, es geht einfach nicht darum, dass wir sagen, das muss alles so kommen und das wird so kommen und das ist dann garantiert so, nein, 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 wichtig ist immer Risikomentiment, das heißt, wenn irgendwas nicht so klappt, wie wir das wollen oder so, dann ins Top-Loss rein, mal rausgehen, Markt beobachten, angucken, im Zweifel später neu einsteigen oder erst mal machen lassen, machen lassen, mal weggucken, mann Tag nichts drin haben, ne, das ist viel hilfreicher, als da irgendeinen Überzeugungskampf zu kämpfen, der, der, der einem nie gedankt wird am Markt, sowas dankt der Markt nicht, ja, das kostet einen immer Punkte, Performance, ja, gut, Freunde, also, ich hoffe, es hat euch nicht ganz so doll erwischt hier den, den, den Donnerstag, macht's besser am Freitag, wenn's am Donnerstag erwischt, wer nicht standelt am Freitag, der kann auch nichts verlieren, das ist auch eine, eine wichtige, eine wichtige Botschaft, ne, das ist, das sollte man nicht unterschätzen, ja, mehr kann ich nicht mitgeben, mehr Weisheiten hab ich jetzt hier nicht auf meinen Zetteln stehen, ich wünsche euch also was, macht's gut, bis morgen, also bis Sonntag vielmehr, eben, es ist ja schon wieder Wochenende, Webinar-Wochenende steht an, wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht, man sieht's ja am Chart eigentlich, ne, ist fast immer so, gut, also, bis Sonntagabend und die, die im Webinar sind, dann bis Samstag, tschöö!